Jetzt noch ne Idee, was ich in der Aufnahme machen könnte, obwohl, äh, das war ich später, ja, weil, ja, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dann kaufen wir erstmal das ganz wichtige Zeug, der Handy-Shop. Eintritt 1000. Äußerst realistische Eintrittsweise. So, Slash-Handy-Shop. Okay, ein Handy kaufen. Also, ist das ein... Was? LG, Nexus, Google 4. Was ist das denn für Handy? So. Äh, ich hab da wahrscheinlich noch nicht mehr genug Geld für Noke, da war ich euch recht. Ja. Äh, so. Ich brauch... noch schnell... mehr... Geld. Sack. So, Abzugelder, Mann. Die 20 Meter kann ich auch schnell laufen. Und dann ein schönes, modernes Nokia natürlich kaufen, das waffenfähig wäre. Das heißt, wäre ist... So, äh, eins, zwei, drei, vier. Mehr geht dir diesen gut, ja. Ist ja auch nicht so schwer, ne? Äh, Geld aufheben. Eins, zwei, drei. Ja, Gott, ich hab irgendwann mal Orangensatz, oh mein, jetzt hat's zugeschüttet, und jetzt kann ich... Ne, Multimitamin-Saft, ja. Und jetzt funktioniert das nochmal die mir gescheit. Richtig nervig. Obwohl die das auch erst ein paar Tage alt ist. So, wie viel Geld möchtest du abheben? Ich möchte gerne... Ja, nee, nee, nee. 10.000 Dollar abheben? Nee. 6.000. Jetzt sage ich, 60.000, ne? 6.000. So. Neuer Konto stand dran, 50.000... Äh, 387. Ja, äh, 6.000, weil ich mir dann auch gleich noch einen Handyvertrag kaufe. Ja, und der kostet auch nochmal 2.000. So. Gleich Handy-Shop, müsste da auch nochmal drin sein. Handy kaufen. Nokia. Handy-Shop. Handyvertrag. Kaufen. Okay. Dann. Weiter geht's. Okay, schreibt er was? So spannend. Okay. Ähm. Sollte ich mir noch... Irgendwas kaufen? Ähm, Auto... Nee. Billig... Auto... Haus. So. Ja, fände ich auf jeden Fall mal schön, damit sich hier auch mal die Zuschauer ein bisschen in das Display integrieren. Gott, zwar ein schweres Wort. Ähm. Ja, ich denke, das dürfte das Display für alle interessanter machen. Ist wie für mich, so wie für euch. Wie für mich, so wie... So wie euch, ey. Ach. Ja. Oh, ja. Da ist mal wieder ganz wenig los. Aber ich sehe mal auch so schon. Ein Lichtblitz im Dunkeln. Kommt und sei das. Ha ha. Ach, Luhkacke. So, ab zum Standort. Da fahre ich da jetzt mal mein Auto. Ja, tunen muss ich noch. Äh, ich denke, da warte ich ja noch, bis ich ein bisschen Geld habe, weil... Naja, ne. Ich mein, tunen... Braucht man ja eigentlich nicht. Okay, das ist in GTA San Andreas wieder was ganz was anderes als im echten Leben. Aber... Ach, so wichtig ist das nicht. Ich mein, so oft benutze ich das Auto jetzt ja nicht. Boah, höchste Schwindigkeit, was ist da los mit mir? 520 kmh zu schnell fahren und über falsche Wege fahren. Aber blinken. Na, wenigstens kann er fahren. Aha, richtig krasser Drogendeal. 25 Gramm 5K, hört sich nach Drogen an. Geht schon teuer, Drogen. Ach, scheiße. Oh, ja. Dann eben schon. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass es gleich hierher geht. Ich werde mir vielleicht gleich noch was holen dürfen. So, Colas. Colas. Gut. Der Kalkuloran. Wird... Grün. Kalkulatur wird schwarz. Rot. Das... Extaus des... Twin. Nitro. So. Egal, falls ihr einen guten Kielbinder für den Törer wisst, dann schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, weil... Ja, ich habe jetzt noch nicht geguckt und... Ja, werde das wahrscheinlich jetzt auch mal... Auch fürs erste Mal nicht machen, so wie ich mich kenne. Äh... Tausend. Dieses sichere Gegend, mein Auto offen zu lassen. Grenz an Selbstmord. Und... So, ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall. So. Nitro war ich. Ruf. Spoiler. Finde ist ganz gut, oder? Ja. Seid's gehört. Wheels. Twist. Sieht auch ganz lustig aus. Und Hydraulics. Baue ich nicht. Geile Ausschmeißerei. So, ab zu seinem Haus. Hey. Ich fahre in einer Kolonne, die mir einen Gleitschutz gibt. Okay. Ich mag's, Let's Play zu machen. Ja. Solange mich der Gleitschutz nicht rammt, ist alles gut. Ist so irgendwie hier in einem Haus, ne? Woher? Perfekt eingepackt. So. Er ist los, parken, ne? Du bist nicht in deinem Fahrzeug oder du hast keine Schlüssel. What the fuck? Okay. Dann kümmere ich mich da auch mal anders da drum. Ähm, ja. Ja, klar. Schmutter. Tach, was weiß ich. So, jetzt darf's funktionieren. Gut. Kann es sein, dass ich mir das ausversehen als Falsche auch nur genommen hab? Das fände ich ja jetzt nicht so gut, ne? Das fände ich scheiße. Ach Gott, hoffentlich nicht. Mal gucken, wie ich das dann später nachgucken will. Naja. Das mach ich dann gleich mal mit Slashorten oder so. Ja, das ist eindeutig besser. Ähm. Alter, es ist nicht das bessere Haus, aber es sind die besseren Autos. Ähm. Die können einiges. So, das bleibt ja schon. Glückwunsch, zahlt er. Okay, läuft bei mir. Ähm. Achso, ich soll fliegen. Ähm. Kein Flugschein. Nein. Vorne ist es nicht, vorne ist es nicht, vorne ist es nicht, vorne... Ah, kacke. Okay. So, da hab ich hier auch gleich eine Aktivität oder... Ja, Aktivität, Attraktion, was auch immer. Äh, fürs Video. Äh, ich hab... Keine Ahnung... Irgend... Was... Das... Interessant ist. Ey. Unsynchronität. Ähm. Und... F... Vielleicht... Ach, ne. Bei... Mir auch. So. Und... Dann... Noch... Wo... Wo... Ich... Mich... Healing... Ja, ich muss das alles vorlesen. Healing kann. Äh, weil ihr könnt ja nicht lesen, ne? Wo, wo... Wo, wo ich mich healen kann. Das... Das ist... So. Das ist... Ich hab keine Ahnung, wo wir grad hinfliegen. Aber es sieht gefährlich aus. Weil da ein Zaun rum ist. Der Spieler muss mindestens Level 2 sein. Ja, aber auch der war es hier denn. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ich hab... Ja, aber... Ich hab... Okay.